Und jetzt brauchen wir auch mal Öfen und was zu essen. Das dürfte erstmal okay sein. Das ist ein Schuss, der sich in die Karte auf dem Karte auf dem Karte auf dem Karte auf dem Karte. Das war's für heute. Das war's. Wie kann man nur so lang kacken? Naja, ich warte dann erstmal, bis Michi wieder zurück ist und bis dann. Tschüssi! Ich brauche hier nur ein bisschen das Dach zu Ende und so, ne? Du verstehst schon. Ich habe halt einfach Langeweile. Äh... Und für dieses Behindertedach brauchen wir Steinziegel. So. Ein bisschen weiterbauen darf man ja, ne? Ja. Sieht dann auch schöner aus. Das ist halt immer so falsch wie ich. Jetzt habe ich mich nicht mehr verbauen. So. 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 Und so. 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 Oh, schon keine Steine mehr. Hey, super. Alter, ich glaub wir brauchen mehr Öfen. Mhm. So. Boah. Ach so, und wenn ich zu sagen, ich hatte gar keinen Bock, um Single-Player eine neue Welt zu fangen, und das im Single-Player auch viel langweiliger ist. Wollte ich auf den Server spielen. Okay. 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 Ich will direkt mal einen Eisen reinigen. So, da wird alles schön hier, so soll es sein. Ich will das auch nicht so lange aufnehmen. Das ist Nettigkeit. So, lass mir den Rest mal weiter da rumzündeln. So, lass mir den Rest mal weiter da rumzündeln. Gott, das war jetzt relativ knapp. So, lass mir den Rest. 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 Vielen Dank.